In diesem Video geht es um die Kämpfe von Schattendorf. Ich erkläre dir, was das bedeutet und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Schattendorf ist eine kleine Gemeinde im Burgenland in Österreich. Die Kämpfe von Schattendorf fanden am 30. Januar 1927 statt. Sie sind ein markantes Beispiel für die politischen Spannungen in der Ersten Republik Österreich. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war Österreich eine junge Republik mit vielen politischen und sozialen Herausforderungen. Es gab eine starke Polarisierung zwischen den sozialdemokratischen und konservativen Kräften, die auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen mündete. An den Kämpfen von Schattendorf waren vor allem Mitglieder des Republikanischen Schutzbundes, einer paramilitärischen Organisation der Sozialdemokraten und der Frontkämpfervereinigung, die den konservativen Kräften nahe stand, beteiligt. Der konkrete Anlass für die Kämpfe war eine geplante Demonstration des Republikanischen Schutzbundes. Die Frontkämpfervereinigung sah dies als Provokation und entschied ebenfalls in Schattendorf präsent zu sein. Am Tag der Kämpfe kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den beiden Gruppen. Es wurden Schüsse abgefeuert, bei denen zwei Menschen starben, ein Kind und ein Kriegsversehrter. Die Gerichtsverhandlung, die auf die Kämpfe folgte, endete mit einem Freispruch für die Angeklagten der Frontkämpfervereinigung. Dieses Urteil löste große Empörung in der Bevölkerung aus, vor allem unter den Sozialdemokraten. Die Empörung über das Urteil führte zu weiteren Unruhen und gipfelte im Brand des Wiener Justizpalastes. Dieses Ereignis markiert eine weitere Eskalation der politischen Spannungen in Österreich. Die Kämpfe von Schattendorf und die nachfolgenden Ereignisse führten zu einer weiteren Entzweihung der politischen Lager in Österreich. Sie zeigten, wie instabil die junge Republik in dieser Zeit war. Die Kämpfe von Schattendorf sind ein Beispiel für die politischen und sozialen Spannungen, die Österreich in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg prägten. Sie sind ein Kapitel in der Geschichte der Ersten Republik, das die Zerrissenheit der Gesellschaft und die daraus resultierenden Folgen beleuchtet. Sie sind ein Kapitel in der Geschichte der Ersten Republik.